Also ein Confederations Cup ist eine unglaubliche Möglichkeit, Dinge nicht nur zu testen, was jetzt Jogi machen kann mit einem relativ jungen Kader, aber auch als Fortentwicklung für den Spieler ist es enorm wichtig, so ein Turnier zu spielen. Also ich denke, 2005, als wir den Confederations Cup in Deutschland hatten, das war der Wegweiser für 2006. Es war das Sprungbrett für eine neue, junge Generation. Ich denke auch, dass er viele Spieler eventuell schon im Blickwinkel hat für Russland, also für 2018 dann durch diesen Konfett Cup. Es ist ein Riesenvorteil, einen Konfett Cup zu spielen, um schon gewisse Stadien zu sehen, um ein Gefühl zu bekommen schon für das Land, wo dann die Weltmeisterschaft stattfindet. Also es sind Erfahrungswerte, die sind so enorm wichtig, dass wenn du eine Chance hast, einen Konfett Cup zu spielen, dann musst du es unbedingt tun. Also ich bin ein großer Fan vom Confederations Cup, weil er einfach als Lernmittel enorm wichtig ist.